Ich habe eine super Fähigkeit Ich auch, nur der muss mal stehen bleiben Ja Ey, der ist weggeflogen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Vermintide 2 In der heutigen Folge betreten wir die Mission ins Nest Ich muss zugeben, alles erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe Ich finde die Map ist richtig gut gelungen Es gibt heute wieder schöne Schlachten gegen zwei große Bosse Ich wünsche viel Vergnügen und los geht's So eine Höhle und dann kommen wir hinten wieder raus Hinten durch die Brust ins Auge Dir so ein Herr der Ringe spielen müssen wir mal Ja, ja, ja Das wäre mal geil Aber was, wen würde ich dann nehmen Ich würde, ich würde einen Ork nehmen Kann man glaube ich nicht Ich weiß Aber wäre mal cool Aber so eine Ork-Waffe Fast Ja, das wäre geil Das wäre geil Wenn man das aufsammeln könnte Ich glaube ich würde Zwerg nehmen Oder Waldläufe Ich würde den Schicksals-Terminator nehmen Das war ein bisschen zu früh Komischerweise, wir können durchs Feuer einfach durchlaufen Können wir das? Oh oh Gorok Drin Boah, diese Gatling-Typen ey Man, die sind echt heftig Die sind fies Ich hab ne Granate gefunden Heilige Granate Guck mal, man muss einfach nur andere Wege gehen Schon findet man hier Tolle Sachen Ja, das stimmt allerdings Ein Drink Und noch ein Drink hier Unter mir Oh yeah Oh yeah Bin voll Hey, den wollte ich killen Oh oh Autsch Man sieht die Gedärme sogar Heftig Lecker Schmecker Ja, das sieht lecker aus Alter, ich werd hier Verprügelt Weißt du, die Feuerfrau hat super Attacken Oh yeah So was Will ich haben Ich bin fast gestorben ey Ach, hier ist ein Gas-Typ irgendwo So Ich hab meine Super-Attacke gar nicht angewendet Irgendwie das zu entkommen ist doch manchmal gut Wie meinst du? Also die Super-Attacke von meinem Zweiten-Beruf Also wenn du dann so in so einer Bedrängnis bist, meinst du? Ja Das hat mir jetzt was gebracht, weil ich bin gestecken geblieben Ich trinke mal ein Auf euch Juhu Ich bin gestecken, wie ich bin gestorben Ich bin gestorben, wie ich bin gestorben Oh, Chaos. Das ist ein Riesentyp. Chaos Army. Aha. Das hört sich nach fetter Rüstung an. Riesenroboter. Sie kommen! Wow, hast du das gesehen? Ja. Geil. Oh, oh. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ey, hast du das gesehen? Ich hab die alle irgendwie ungenietet hier. Boah, Alter. Das war wirklich schäflich. Also, das gefällt mir. Aber ich glaube, da ist irgendwo so ein Riesenritter. Ja, der ist schon tot. Ja, okay. Da kommen aber wieder Ratten. Die Rattas. Rattas, Rattas. Boah, ganz Armee wieder. Geil. Okay. Also, das ist aufgeräumt. Hä? Müssen wir nicht da lang? Boah, komm wieder, Michael. Ich meine, wir müssen doch jetzt nach unten, oder? Oder? Ja, ja, doch. Doch, und dann hier weiter. Jo, jo, jo. Ah, guck mal hier. Hier können wir nach unten. Da gibt's wieder was Geheimes. Was Leckeres. Ein Buch oder so, oder? Warte mal. Ja. Ja, ein Buch. Aber dafür habe ich jetzt kein Getränk. Scheiße. Ich muss ein Getränk zurücklassen. Ja, ich habe es für dich genommen. Okay. Ah, jetzt haben wir irgendwas aktiviert wieder. Da kommen sie. Sie kommen. Sie kommen. Hier ist noch ein Getränk. Stimmt. Hol's dir. Nee, brauch's nicht. Sicher? Sicher? Du hast überhaupt kein Getränk im Garten, ne? Äh, dafür habe ich ein Buch mit. Ah, okay. Hat der Kollege das genommen, oder? Ist das ein Gatling? Ja. Der Kollege hat's mitgenommen. Das ist gut. Hier ist, ah, hier ist nochmal was. Ja. Ja, weißt du, wenn ich gleich das mitnehme, dann nimmt er mein Buch mit. Oh. Ich habe mich verletzt. Nee. Ich will mein Buch nicht abgeben. Ist mein Buch. Alles meins. Alles meins. Alles gehört mir. Ja, was denn? Oh oh. Aha. Haben wir irgendwas Riesenfieches? Fiechiges Riesenfieches? Irgendwas brüllt hier rum. Ja, ja, ja. Da kommt... Oh, ja, ja. Der ist da. Der ist da. Der klettert hoch. Ach du... Scheiße. Und natürlich sind hier noch kleine Ratten. Ja, natürlich. Ich bin total weggeflogen. Huck, huck. Komme ich hier irgendwie hoch? Äh, das gibt's doch nicht. Ich komme hier nicht hoch. Oh, fuck. Ich habe voll daneben geschossen. Hier sind, äh... Achso. Irgendwas. Scheiße, einer wird entführt, man. Ja, ich bin... Und hier sind ganz viele Ratten. Ja, okay. Erledigt. Mein Gott. Ey, hier kommen jetzt auf einmal Ratten. Ah, jetzt bin ich oben. Boah, ich habe ihn mit meinem... Schildbrecher gekillt. Gut, gut, gut. Also wenn du den... Den Angriff lädst... Und dann wieder drauf haust, dann hast du so einen Schildbruch. Also... Genau, okay. Eine heftige Attacke, glaube ich. Oh, eine Kiste. Ey, ich habe ein zweites Buch gefunden. Cool. Aber irgendwie... Irgendwie schaffen wir nicht, äh... Drei Blücher zu füllen. Drei Blücher zu füllen. Oh, eine ganzarmee. Leute. Hinter uns. Ich höre... Achso. Chaos-Typen. Ich bin schon oben. Chaos-Army. Is on the way. Hier ist ein, äh... Hier ist ein Stärkertrank, wenn jemand braucht. So ein Fass. Ohne Boden. Oh ja. Okay. Nein! Ich habe mein Fass weggeschmissen. Boah, das war ein bisschen höher. Oh, das war ein bisschen höher. Upsa. Sorry. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich habe nur noch die Hälfte. Okay. Also geht durch, wie Butter. Manchmal habe ich das Gefühl, die sagt, wirklich Raditz. Hier ist noch eine Kiste. Natürlich leer. Wie immer. Immer diese Rattes. Und die müssen immer von oben kommen, ne? Mhm. Genau, nichts anderes. Aber jetzt müsstest du hier... Ah, guck mal, der ist ein Supersoldat. Und weg ist er. Oh, shit. Oh, oh. Ja, weißt du, jetzt wieder genau die gleiche Scheiße. Ich habe drei Leute gekillt. Mit meinem super Angriff. Geil. Ich glaube, da war auch dieser... äh... Gunner dabei. Oder? Ich glaube, der war tot, ja. Heftig. Ah, hier ist eine Klau. Wow, geil. Alter, das war eine geile Attacke. Das ist zwar echt fett. Aber... Es bringt mir nicht viel, weil ich gleich sterbe. Ich habe so ein Riesenviech besiegt. Geil. Geil, du Mad. Also, die Attacke, wenn ich die ein bisschen, äh, trainiere, mit der zu spielen, dann kann man einiges rausholen. Das ist die Stimme allerdings. Okay, weiter geht's. Nein! Assassin. Assassin. Hallo? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Von oben. Ha, ich habe ihn erwischt. Mit meinen zielsuchenden Pfeilen. Okay, super. Achso, hast du wieder deine alte Klasse mit ihm. Ja, das ist irgendwie am geilsten. Und er hat immer so einen Akzent. So ein native speaker. Mhm. Wow, da kommt eine Armee auf uns zu. Erratis. Das und das und das und das. Wow. Minigun. Jo. Mein Gott. Ha, Kopfschuss. Da glaube ich, dass der Kopfschuss war, aber... Auf jeden Fall erledigt. Hinter uns. Siek, siek. Ah, hier ist eine Granate. Hä, wieso kommt man da nicht hoch? Wir kommen. Ah, nein. Sie sind deep. Scheiße. Okay, ich wurde gerettet. Puh, danke. Irgendwo habe ich... Ein Ding hat's gesehen. Ein Getränk. Ah, hat dich schon geklaut. Äh, äh, willst du eine Bombe haben? Hier gibt's eine Bombe. Bombe, Moment. Ja, guck mal her. Ja, hier. Ja, hier. Okay, danke. Hey, ich komm da nicht hoch. Warte. Warte, warte, warte. Hey, wieso... Achso, jetzt. Danke. Man muss genau zum richtigen Zeitpunkt hochhüpfen. Ah, okay. Oh, scheiße, ich hab dein Ding aktiviert. Vorsicht. Ich merk's. Hast du Heilung geklaut? Ja, ich muss eben heilen. Ich hab mal ein Buch wieder. Hm, wow. Ja, ich muss mich unbedingt heilen. Hier ist noch ne Granate, ne? Assassin. Hinter dir. Boah, das war knapp. Der war hinter dir. Ja. Und genau in dem Moment hab ich mich umgedreht. Okay. Hallo. Die Rüstung sieht fett aus. Hm. Ich hab leider nur nicht, äh, nicht viel Leben. Ich muss jetzt nur noch gucken, dass ich irgendein Getränk oder so irgendwo noch schnappe. Ja, ich hab schon noch was. Aber die zwei, die machen das hier schon. Hm, auf jeden Fall. Ha, der ist runtergefallen. Die stehen da einfach so. Haben nichts zu tun. This is over. Aha, von hinten kommen sie jetzt auch wieder. Typisch. Power of Sigma. Aber ich frag mich, ob ich jetzt mit dieser Superattacke irgendwie verletzen, äh, die Gegner verletze. Ob die jetzt, oder vielleicht nur umkippen, weißt du. Hm. Das wäre natürlich geil. Ja, wahrscheinlich. Du willst, oder du verletzt dich vielleicht nicht so stark, aber. Ja, genau. Insessin. Oh, oh. Ne, er ist so ein Dieb. Hm. Ab ihn. Boah, ich bin fast tot. Ich hab meinen Superschlag aufgeladen, wollte den gerade hauen, aber irgendwie hat das nicht ausgereicht. Hier ist, äh, Heilung. Geil. Warte jetzt. Hier, schnell, greif zu. Schnell, 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 schnell. Hast du das Buch? Ja, ich hab mein Buch. Ich hab auch noch ein Buch. Loot. Aber guck mal, wenn wir jetzt noch ein letztes Buch finden. Ja. Ob wir dann noch besseren Loot bekommen. Gesamt. Weißt du. Hm. Ich hoffe doch. Das wäre natürlich geil. Warlord. Ich brauch eine Superachse mit 90 Schaden oder so. Hey. Äh, im Wasser ist was. Ah. So ein Getränk. Mein Gott. Hab ich gar nicht gesehen. Must die. Gibt's hier noch? Oh. Geil. Ich hab ein Heilungsding gefunden. Versteckt im Wasser. Ein was? Ein, äh, Erste-Hilfe-Kasten. Ah, okay, okay. Im Wasser. Ja, okay. Geile Mat. Nein. Get link, get link, get link. Wo seid ihr? Okay, ich sehe euch. Ich dachte, ich hab euch verloren. Ich hab dich schon aufgeräumt. Oh ja. Der hängt einer. Sind wir nicht hier gestorben, letztes Mal? Der hat bei Hangman verloren. So. Genau. Oh, oh. Ne, ey, wir warten schon viel weiter. Ey, guck mal. Guck mal. Ist ein Boss. Wow. Ich glaub, der ist brutal. Wow. Aua, wie soll der Nummer auf mich, ey? Wow, der macht so einen Superschlag. Ja, stimmt. Ich müsste mal, wenn der, wenn der zusteckt, einfach abwehren. Wow. Okay. Haha, abgewehrt. Nein. Ach, du scheiße. Ich hab mich fast umgelegt. Ja, diese kleinen Ratten noch dazwischen. Granate. Ich glaub, das hat gar nichts gemacht, aber okay. Versagst du was? Wir müssen Feuer legen. Bin tot. Du auch? Oh, ne, ein Kollege von uns auch. Äh. Okay, ich lenke den mal ein bisschen ab. Ja, super, super. Komm, du. Scheiße. Heil uns, heil uns. Oh, scheiße. Nein. Okay. Wow. Ah, ich hab meine Superfähigkeit. Ich auch. Nur der muss mal stehen bleiben. Ja. Ey, der ist weggeflogen. Geil. Okay. Alter, das war geil. Du kannst sogar Bosse umschmeißen. Ja, das ist gut. Nein. Oh, oh. Ich halte. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Achso. Booga, booga. Wow. Wo ist der Kerl? Wow. Okay, ich kümmere mich mal um die kleinen Rachen. Die nerven voll, die Viecher. Oh, oh. Einer ist tot. Ich bin gleich auch tot. Ja, der ist tot. Ich hab ihm den Rest gegeben. Boah, ey, das war echt knapp. Das war echt knapp, ey. Weil der hätte noch einen Schlag oder so gemacht, dann wär ich tot gewesen. Mhm, mhm. Deswegen muss man immer gucken, dass alle am Leben sind. Ja. Man muss seine Attacken sozusagen, ähm, abwarten. Ja, genau. Ich brauch auf jeden Fall ein Getränk. Ich auch. Ey, hier ist eine Kiste mit, äh, keinem Inhalt. Ja, hab ich grad gesehen. Ja, super. Also anscheinend in den Kisten erscheint das auch so zufällig. Mhm. Der Loot. Ja, wir haben fast geschafft, glaub ich. Entkomme. Entkomme. Wohin denn? Nach unten. Ey, das kommt echt, äh, das kommt dir bekannt vor, oder? Dieses hier. Ja, Dark Souls, Alter. Ne, ich meine auch so von der ersten Tutorial-Mission. War doch auch so ähnlich, oder? Hier diese Welt. Stimmt, ja, 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 ja. Ja, ich glaub, das ist diese Welt. Ja, ich denke auch. Guck, guck. Guck, weg. Platz, da. Ruhe. Ja. Hier ist eine Tür. Geht nicht auf. Schade. Ah, hier geht's weiter. Nein, das ist Essen. Boah, ey. Habt ihr's? Ja. Ja, wir können hier entkommen. Juhu. Geil, Omaat. Schön. Also, wo waren wir? Wir waren dort. Dort, genau. Dort waren wir. Da hinten irgendwo. Von da sind wir gekommen. Jetzt muss es aber geben. Oh ja, oh ja. Zwei Bücher. ins Nest. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Ist ganz wichtig. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinen Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.